Tee und den besten Honig solltest du mal kränkeln Es gibt 1.000 Gründe, den Zug nach der Kanzel Machst du noch einen Reber, komm, einen hast du noch Weil du eben frisst xD-Pil Einen kriegst du noch Einen Kisten für den Papi Einen rauskommt den Laufdruck, geplanten Und schon Papi Ja, da Ja, 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 ja Ja, 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 ja So, das war der erste Heep, man macht eigentlich nur die Pressures für den zweiten Heep